klingeling das abendessen kommt die scheinwerfer sind hier küche ich hab schon mal alles vorbereitet soweit ja was zu trinken hingestellt halt hast du denn dafür ein gepäck mitgebracht ich dachte das ist natürlich super für mich hat es für mich eine jägerwurst mitgebracht zweimal curry ja ich nehm die hier dankeschön hat der mann wieder das besteck vergessen das machen die nicht mehr ach so ne ja ich hol mal besteck willst du eine normale gabel oder einen kuchen kleine sehr gerne ich nehm auch so ne kleine ist schön dankeschön guten appetit ich fang schon mal an ich teste schon mal die pommes jetzt der hat glaube ich mehr salz daran getan auf jeden Fall sind die super lecker und auch schön knusprig so ach Gott gibt noch mehr wolltest du noch Miracle Whip oder Mayonnaise haben dann muss ich dir die holen oder du musst dir die haben wir noch welche im Kühlschrank ich meine das Miracle Whip wäre alle gewesen deswegen frage ich sonst hole ich dir das aus dem Teller das neue Glas ne na gut so achja extra spezielle Mayonnaise was steht da Mayonnaise das Original ja von Heinz vom Heinz und wer ist eigentlich dieser Heinz jeder isst seinen Ketchup aber niemand kennt den Mann so na machst du nicht bestimmen so anfangen guten 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 ich probier mal die Wurst leuchtet jetzt leuchtet jetzt ja die ganze Zeit so guten Appetit danke danke selbst auch mhm ente k